Moin Moin liebe Zuschauer zum X-Tipp Spieltagstipp. Ich sitze hier mit Dennis Thornipod und wir tippen zusammen heute den siebten Spieltag der Kreisliga 3. Und wir fangen gleich an mit der ersten Partie, die heißt Ossteinbecker SV gegen Laumburger SV. Dein Tipp? Ja, ich denke, dass das der OSV machen wird. Laumburg im Moment sehr viel, ja, keine Spielermangel. Ich glaube, es wird ein 3 zu 0 für Laumburg, für Ossteinbeck, Entschuldigung. Torschütze Simon Gottschling dreimal? Wenn er sich aufstellt, wird er sicherlich einmal treffen. Nächste Partie ist Tos Aumühle-Wohltorf gegen Geestach 2. Ich tippe auf dem Kunstrasen Aumühle, ein klares Ergebnis für Aumühle, 4 zu 0. Torschützen, kennst du irgendwen? Ja, Takao Tremba wird sicherlich treffen, mit der Schnelligkeit, ja, wird sicherlich ein oder zwei Tore machen. Sehr gut. Nächste Partie, VfLobrügge 2 gegen Atlantik. Ja, Atlantik-Aufsteiger, Lobrügge Unterstützung aus dem Ligakader. Ich denke, dass Lobrügge gewinnen wird. 3-1. Gehen wir zur nächsten Partie, Kurslacken und Gamme 2 gegen SV Altengamme 2, ein schönes Derby. Derby am Deich, ja, schönes Spiel. Ich tippe auf den Unentschieden, denke in 2 zu 2. Torschützen bei Kurslack vielleicht irgendwie? Ne, also ich denke, da kann jeder treffen, genauso wie bei Altengamme, kommen alle über ihren Teamgeist und ich glaube, ein Unentschieden wird es da auf jeden Fall geben und ich glaube, ein 2 zu 2 ist machbar. Nächste Schnicks-Partie, Willinghusen gegen Gülzow. Ja, unsere Nachbarn aus Gülzow werden, glaube ich, Gewinn gegen Willinghusen. Willinghusen nicht so gut in die Saison gestartet. Gülzow hat ein, zwei gefährliche Spieler drin in ihrem Kader. Ich denke, dass Gülzow, ja, 2 zu 0 gewinnen wird. Gülzow ist Tormaschine Benjamin Gündes, vielleicht auch einer für euch, für dich auf lange Sicht? Ja, kann man nie so genau sagen, aber ist ein interessanter Spieler mit der Schnelligkeit, Torgefährlichkeit ist er sicherlich für jeden Team in der Kreisliga oder Bezirksliga sicherlich eine Alternative und interessant. Sehr diplomatische gute Aussage. Nächste Partie, FC Laumburg gehe in Glinde 2. Ja, FC Laumburg sehr gut in die Saison gestartet, gegen Glinde Absteiger nicht so gut gestartet. Ich denke, dass FC Laumburg auch nach den Ergebnissen aus den letzten Spielen und in den letzten Wochen das Spiel gewinnen wird. Ja, 4 zu 0 für Laumburg. Auch da Torschützen? Ja, Tolga Koschkun haben sie von uns bekommen, jetzt im Sommer. Ich denke, dass der sich auf jeden Fall in die Torschützenliste eintragen wird. Dann haben sie vorne noch Dursun, der auch immer für den Tor gut ist. Ansonsten auch sehr gefährliche Mannschaft, offensiv sehr stark, können sich auf viele Liste eintragen. Aber ich glaube, Koschkun, also Tolga, wird auf jeden Fall ein Tor machen. Sagen wir Dursun-Jurtuglu dann auch nochmal drei oder zwei. Nix-Party, TSG Bergendorf gegen Aushau-Bergendorf, das nächste Derby. Ja, schönes Stadt-Derby. Ja, ich denke, dass die Mannschaft von Jörg Franke von 85 das gewinnen wird. Derby weiß man nie, wie so ein Spiel läuft, aber ich glaube, dass das 4 zu 2 für 85 ausgehen wird. Und jetzt kommt die für dich alles entscheidende Partie Düneberg gegen Hamwade. Ja, ich hoffe natürlich auf einen Heimsieg, dass wir gewinnen gegen Hamwade. Letztes Jahr haben wir aus zwei Spielen keinen einzigen Punkt gegen Hamwade geholt. Das wollen wir dieses Jahr ändern und ich hoffe einfach auf einen Sieg für meine Mannschaft und ich hoffe dort auf einen 2 zu 0 für Düneberg. Torschütze Tornipod und? Ich glaube, Tornipod wird gegen Hamwade nicht spielen. Aber ich denke, Timo Stark wird sich in die Liste eintragen und Teil von Koschko. Danke dir.